Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Wurzeln rechnen kann. Wir gehen alle Rechenregeln durch, zu Plus, Minus, Mal geteilt, alles dabei. Wie dürfen wir jetzt diese beiden Wurzelausdrücke miteinander addieren? Das dürfen wir nur, wenn die Wurzeln gleich heißen, also wenn die Zahl unter der Wurzel gleich ist. Hier haben wir Wurzel 7, hier haben wir Wurzel 7, super. Wir dürfen diese beiden Teile zusammenrechnen. Und dann ist es so, wie man es gewohnt ist, dass man sagt, okay, man hat hier 2 von diesen Wurzeln und zählt noch 3 von diesen Wurzeln dazu, dann hat man eben 2 plus 3, also 5 von diesen speziellen Wurzeln, die eben Wurzel 7 heißen. Ihr könnt hier ein Mal dazwischen machen, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Es bedeutet trotzdem, dass da ein Mal steht, aber so, es kann sein, dass da ein Mal steht. Wenn da kein Mal steht, müsst ihr euch eins eben denken. Und das wäre dann schon das Ergebnis. Also bei Plus und Minus darf man nur Teile oder nur Wurzeln zusammenrechnen, die gleich heißen. Und das schauen wir uns mal gerade noch an so einem gemischten Beispiel an. Hier haben wir Wurzeln, die hier jeweils subtrahiert, addiert und wieder subtrahiert werden sollen. Und wir schauen mal, welche Pakete wir hier haben. Wir haben hier Wurzel 5, Wurzel 3 ist was anderes, wieder Wurzel 5 und Wurzel 3 ist wieder was anderes. Also die Wurzel 3en dürfen wir zusammenrechnen und die Wurzel 5en. Das heißt, Wurzel 5 haben wir hier eine von diesen Wurzel 5en. Eine plus 4 davon wären eben 5 von den Wurzelfünfern. Und dann die Wurzel 3en hätten wir minus 2, minus 7, also minus 9 von diesen Wurzel 3en. Die dürfen wir jetzt nicht weiter zusammenrechnen, weil wir eben unterschiedliche Wurzeln haben. Die eine heißt Wurzel 5, die andere Wurzel 3. Da geht bei Plus und Minus einfach sonst nichts mehr. Aber bei Mal sieht die Geschichte anders aus. Wenn ein Mal zwischen zwei Wurzeln steht, dann darf man einfach eine große Wurzel draus machen und die Zahlen, auch wenn die unterschiedlich sind, einfach unter der Wurzel miteinander multiplizieren. Dann kann man die ausrechnen. 2 mal 18 wären also 36 und dann einfach die Wurzel aus 36 ziehen. Wurzel aus 36 muss man sich ja immer überlegen. 6 mal 6 wäre 36, also wenn wir die Wurzel ziehen, bleibt da einfach nur die 6. Okay, schauen wir uns ein anderes Beispiel noch dazu an. Da kann natürlich noch mehr Zeug stehen. Hier steht jetzt 3 mal Wurzel 2, auch wenn da keins ist, und 5 mal Wurzel 8. Die Zahlen dürfen wir ganz normal, wie wir es gewohnt sind, miteinander multiplizieren, auch wenn die in einer anderen Reihenfolge hier stehen, können wir ja einfach sagen, ich multipliziere jetzt erstmal die 3 mit der 5, damit ich da ein ordentliches Ergebnis habe. Das wäre 15. Und dann multipliziere ich einfach die Wurzeln miteinander. Wurzel 2 mal Wurzel 8. Das weiß ich doch, wie das funktioniert. Das schreibt man unter eine Wurzel und schreibt die 2 mal 8 eben unter die Wurzel. Dann berechnet man das. Was hätte man da? Wurzel aus 2 mal 18 sind 16. Und die Wurzel kann ich jetzt ziehen. Das ist ja super. 4 mal 4 ist ja 16. Also ist die Wurzel aus 16 eben die 4. Und 15 mal 4, kann ich ausrechnen, sind 60. Und ich habe mein Ergebnis. Also bei mal ist alles gut mit den verschiedenen Wurzeln. Auch bei durch, Gott sei Dank. Wir dürfen hier einfach eine große Wurzel draus machen, auch wenn die unterschiedlich heißen. Und dann unter die Wurzel schreiben 8 durch 2. Fertig. Also jetzt müssen wir es natürlich noch berechnen. Was haben wir da? 8 durch 2 sind 4. Und die Wurzel aus 4 ist eben 2. Weil 2 mal 2 eben 4 ergibt. Durch gibt es ja einmal in der Schreibweise, dass man da wirklich so ein Geteilzeichen hinmacht, was eher unüblich ist. Die üblichere Art, wie das da stehen könnte, wäre Wurzel 8 durch Wurzel 2, also als Bruch. Und das ist genau dasselbe, wie hier eben auch. Man darf da eine große Wurzel draus machen und den Bruch, also 8 durch 2, in diese große Wurzel schreiben. Also alles super praktisch. Bei mal und durch darf man einfach große Wurzeln drumherum machen und die Teile dann einzeln ausrechnen. Schauen wir uns dazu dann ein letztes Beispiel an, in dem einiges dann drin vorkommt. Auch hier wieder 15 mal Wurzel 12, 6 mal Wurzel 27. Da können wir, wie wir es gewohnt sind, am besten zieht ihr dann die Teile auseinander. Also dass ihr sagt, okay, ich nehme 15,16 die Zahlen als einzelnen Bruch und multipliziere das mit den Wurzeln als einzelnen Bruch, damit man da einfach ein bisschen besser schreiben kann. Jetzt kürzt man hier vorne den Bruch mal 15,6 kann man mit 3 kürzen. 15 durch 3 wären 5, 6 durch 3 sind 2. Hier würde ich so noch nicht kürzen, sondern erstmal diese große Wurzel da draus machen. Also vorne hätten wir 5 halbe und hier hinten, haben wir gelernt, kann man eine große Wurzel machen und dann in die Wurzel diese 12,27 den Bruch da reinschreiben. Und den Bruch können wir jetzt da drin ganz normal kürzen, wie wir es gewohnt sind. Und mit 3 geht es zum Beispiel, also 12 durch 3 ist 4, 27 durch 3 ist 9. Dann hätten wir da was stehen. Ich schreibe mal da oben weiter. Diese 5 halbe werden also mit Wurzel aus 4 Neunten multipliziert. Okay, wir schauen, ob wir die Wurzel ziehen können, weil kürzen können wir jetzt nicht mehr. Das war es jetzt. Aber die Wurzel können wir ziehen. Die 5 halbe lassen wir mal da außen stehen. Wurzel aus 4 hätten wir oben. Also wir schreiben ruhig nochmal einen Bruch hin. Wurzel aus 4 wäre eben 2. Wurzel aus 9 wäre 3. Und schon ist meine Wurzel weg. Ich kann hier noch gucken, ob ich was kürzen kann. Ja, kann ich sogar. Hier die 2 mit der 2. Und schwuppdiwupp habe ich mein Ergebnis. 5 oben, 3 unten. Also 5 Drittel insgesamt. Sehr gut. Das waren die Rechenregeln, wie man mit Wurzeln rechnen darf. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Wir sehen uns bei einem nächsten Video.